Ich muss heute die schlechtesten Brawler von Zuschauern pushen. Dabei muss ich mindestens doppelt so oft gewinnen als verlieren. Und dann darf ich am Ende endlich einen neuen Namen bestimmen. Viel Spaß! Creator Code, JoJonas. Okay, der erste in der Lobby jetzt. Dr. Auge, das ist der Niedrigste. Oh, 39k, okay, okay. Ja, das geht eh fit. Duck auf 147. Dann nehme ich meinen Edgar, kommt erst auf 222. Das ist eigentlich ein easy erster Win. Okay, auf geht's, allererste Runde. Ich sage ehrlich, Duck ist aktuell, wie gesagt, der schlechteste Brawler im Spiel. Ist auch für die Map nicht wirklich... Wobei, für die Map geht er sogar, glaube ich. In der Mitte... Ah, nee, nicht so wirklich. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Ich versuche halt am besten schon mal vielleicht irgendwie... Hier, guck mal. Das war perfekt. Den ersten abgestaubt. Wieso spielen die so gut auf 200 Trophäen? Allerdings sind die doch deutlich schlechter hier. Oh, jetzt bin ich heute eigentlich jumpen. Auf 200. Keine Ahnung, warum die jetzt irgendwie gerade so reinschwitzen. Ich kann halt echt überhaupt nichts machen mit dem Brawler. Oh je. Ja, das Brawl ist eigentlich easy kill. Wollte aufpassen, ja. Ist nicht zu aggressiv. Eigentlich kann ich eh aggressiver gehen. Ich hoffe, die das Gadget noch nicht. Hat sie nicht, sehr gut. Jeanette kann wegfliegen, ist okay. Boah, ich habe jetzt noch Hypercharge. Ja, jetzt ist eh wichtig. Ja, guck mal, jetzt kann ich den Lola easy ausschalten. Habe die Hypercharge noch aufgehoben. Ist der Mate von der... Ah, nee, okay. Der Mate ist schon mal tot, glaube ich. So, jetzt hier. Zack. Erster Win. Oh, noch nicht, noch nicht. Mal jump. Schön gedodged. Ja, da ist er. Erster Win, wichtig. So. Yo, ich wollte gerade sagen. 1000 Brawler ausgewählt. Okay, das ist ein krasses Profil. Was? Hä? Oh nein, er muss nur einer seiner Power 1 Brawler nehmen. Was ist das denn für ein Profil? Eieiei. Tausender und... Hä? Keine Ahnung, Mann. Digga, Power 1 Spike auf 0 Trophäen. Also er hat auf jeden Fall einen coolen Skin. Ich verstehe aber halt nicht... Wie hat er einen legendären Skin für... Oh mein Gott. Jetzt endest du ein Tod. Wie ist er denn legendären Skin für so viele Gems? Aber er hat kein... Er hat nicht mal ein Power Level dafür für den Brawler. Hä? Okay, so muss ich halt ein bisschen... Ich weiß nicht. Oh, das ist sehr gut. Die sind dafür auch ziemlich lost, ne? Also die sind irgendwie wesentlich schlechter als in der Runde gerade eben, aber wenigstens. Keine Ahnung. Ja, guck mal. Instant Showdown. Das ist alles gut. Ich meine, wir sind dafür immer nicht so hoch, aber... Ey, das tut echt ein bisschen weh hier. Power 1. Guck mal jetzt hier. Hypercharge. Äh, der Jump war übel lost, merke ich gerade. Egal. Jetzt war also so klar, dass noch einer respawnt. So, z... Nein, wieder... Genau die... Sie können in die andere Richtung. Egal. Richtig. Gamer Minion. 32.000 Trophäen. Die höchsten sind noch 760. Sein niedrigster ist tatsächlich Byron auf 133. Power Level 5. Ja, kriegen wir hin. Dritter Gegner hier. Äh, dritter Teammate. Ich bin irgendwie total dumm reingelaufen. Ich sterbe jetzt, glaube ich. Ja, perfekt. Äh, Gamer Minion, du musst irgendwas machen. Ich bin leider total dumm reingelaufen. Da waren eigentlich auch irgendwie direkt drei Leute auf mir, ne? Nein, nein, nein! Ey, die Runde ging ja schnell. Was war das denn? Das war übel lost von mir. Oh mein Gott. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich bin halt gestorben. So, 250. Okay, nächster Gegner. Äh, nächster Teammate. Ich bin so lost, dass ich immer Gegner sage. Lol, Professor Nasa. Den hatten wir gestern beim Droppen. 55 Trophäen. Barley Power 7. Ja, komm mal, lass uns aber mal Brawler gehen. Das ist gut für uns. Können wir eigentlich easy reingehen. Sehr, sehr gut. Auch gut getimt jetzt hier für uns. Können wir hier auf den Fag... Ja, das ist jetzt easy. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir Hypercharge theoretisch auch. Ist auch voll in uns reingelaufen. Sehr, sehr gut. Auch down. Ja, jetzt ist es eigentlich easy. Das kann eigentlich reinlaufen sogar, oder? Komm, es muss das vor sein. Ja, sehen, ja, sehen. Oh, der hat auch gepasst. Okay, wollte gerade sagen. Das ist eigentlich easy. Jetzt haben wir direkt Hypercharge. Können direkt hier drauf. Am instanten, Hank. Ball zu mir, ball zu mir. Ja, sehr schön. Haben wir auch. Er wollte, glaube ich, zu mir passen. Ich bin weggedjumpt. Eigentlich auch geil. Sehr schön. Oh nein, ich sehe schon, wer schlimm ist. Ja, jetzt wird es hart. Marag. 65.000 Trophäen. Grüße gehen raus. Wir haben auch schon 35er zusammen gepusht, oder? Ich glaube, ja. Oh, Hank. Power 8. Okay. Okay, ich würde sagen, um es schwieriger zu machen, wir dürfen jetzt nicht jede Runde Edgar nehmen. Wir nehmen ab der nächsten Runde, müssen wir auch die anderen Brawler nehmen, würde ich sagen. Ansonsten ist es echt ein bisschen dumm, würde ich sagen, wenn wir jetzt jede Runde halt in den Lohen Edgar nehmen. Ich will jetzt auch nicht jede Runde in den selben Brawler spielen. Wobei es halt ein ziemlich easy Carry halt ist. Weil jetzt das ist halt wieder so früh. Ey, man merkt eigentlich, dass wir auf 500 sind. Also das Niveau gefühlt war bei denen auf... Oh, was hat er guter Munitionsklarus hier lassen? Ach, Digga. Was soll das denn jetzt hier? Hat auf dem Jump-Head bleiben sollen. Also gefühlt war das Niveau halt irgendwie höher, oder? Auf 300 Trophäen. Keine Ahnung. Irgendwie. Oh je, Marag ist eben, Junge Hank einfach. Aber irgendwie hat er ganz schön Probleme. Oder das ist ein Griff scheinbar. Weil der hat auch eigentlich keine Chance gegen mich, oder? Oder auch gegen... Oh, schön Marag. Schöner Kill. Ja, das ist easy. Direkt vier Cubes. Besser geht's nicht. Ja, guck mal jetzt hier die Pam. Die haben wir gerade, wenn wir jetzt wieder gegen sie sterben. Okay, ich wollte gerade sagen. Ne, sehr gut. So, jetzt eigentlich nur mal direkt das Gadget nutzen. Wir haben eh noch zwei weitere Gadgets. Ich glaube, ganz ehrlich, die Hype hat schon so hart gewastet, gerade wenn ich ehrlich bin. Egal. Der war echt wasted. Nice. Der letzte bringt sich um. Ey, Stopp ist ja sehr krass. Aber ab jetzt, wie gesagt, kommt es echt schwerer zu machen. Wir haben jetzt schon viermal Edgar gespielt. Jetzt nicht jede Runde Edgar. Okay, er ist ja in der Lobby mit 25 Tau... Ist ja nicht, er ist ein lauter, oder? Er ist hoch, Hank Power 6. 2,22. Okay, wir probieren's. Okay, auf geht's. Hank Power 7. Ja, sag ich ehrlich, Hank ist auch aktuell nicht allzu stark. Aber das müssen wir schon hinkriegen. Unsere Penny ist auch solide. Warten, kurz abdrücken. Direkt das Gadget jetzt hier. Haben schön auch den Mortis geslout. Der kann jetzt eigentlich wenig machen. Auch gegen das Fass ist hier. Der Fang. Auch das... Ist okay. Oh nein, in dem unten Probleme. Ist deutlich okay. Der Hank ist auch down. Obwohl der Mortis auch gestorben. Ist jetzt direkt nur eins, oder? Wenigstens halt... Oh mein Gott, ich hab den Ball. Ich hab den Ball. Ich hab den, ich hab den. Noch beide gekillt. Besser geht's nicht. Geil. Okay, ich will den Hypercharge zünden. Egal. Oh mein Gott. Was war das denn? Hypercharge Ulti. So, direkt... Hier direkt volle Zündung. Guck mal jetzt hier. Mit Schaden ich auch mache. Easy. Ist gut, ist gut, ist gut. Nein, das kann, das muss das Tor sein. Wie kann es sein, dass der Mortis mich aufgehalten hat? Wir waren jetzt so tritt. Ey, die Runde ist echt intens. 0 zu 1. Slow. Ich bin getroffen, leider. Ist egal. Ist okay, ist okay, ist okay. Sonst Edgar muss sterben. Ball einfach nach vorne zu mir. Okay, der Ultschuss war gar nicht nötig, aber er war gut. Okay, also wirklich spannende Runde. Jetzt 1 zu 1. Das Problem ist, ich hab jetzt leider, leider keine Dings mehr. Ich muss aufpassen auf den Flächenschaden. Oh mein Gott, nein. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich glaub, ich kann nichts machen. Ich glaub, dass der Hanky irgendwie aufhalten kann. Er ist ges... Oh! Komm! Nein! Es war so knapp. Es war aber wirklich eine sehr... Es war eine geile Runde. Deine Tante ist drin. Okay. Edgar auf 7,84. Der Lohrste ist Sprout auf 26. Okay. Boah, das kriegen wir schon hin. Okay. Wir nehmen mal so grob alle 3... Alle 2 bis 3 Runden, nur Edgar, damit es ein bisschen schwerer wird. Aber ich sag ehrlich, jetzt wird es direkt ein bisschen Arkad auf 650 zu gewinnen. Oh je. Dann wäre halt das Problem. Er ist halt Power 5. Er hat nicht mal ein Gadget. Das ist schon hart. Das ist schon sehr, sehr hart. Oh was? Er war komplett unsichtbar. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Er sieht unsere... Oh mein Gott, ich wollte grad sagen. Wollte grad sagen. Dafür hab ich jetzt nämlich die Cubes bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. So kurz, ich schieß einfach voll in die Fresse. Oh, der hätte aber... Der hätte gerade fast... Boah, das wäre es fast gewesen. Wäre schon fast Top 3 damit gewesen. Uh. Ich wollte auch nicht zu viel Risiko gehen, aber... Richtig. Boah, sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo ist ein Team? Boah, ist eigentlich ein guter Start für uns gewesen. Dadurch, dass wir jetzt... Also dadurch, dass ich jetzt die beiden Cubes bekommen habe, ne? Da ist der Kids-Spieler wieder. Ist eigentlich sehr, sehr gut für uns. Jetzt kann ich mich doch eigentlich ziemlich easy... Ah, jetzt muss ich aufpassen. Ich werde das jetzt wieder machen. Okay, nee. Ich habe halt die Ulti, ne? Ich will es jetzt auch nicht irgendwie wasten oder so. Wie machen wir es jetzt taktisch am besten? Soll ich jetzt echt... Da oben ist er doch. Lord, ich habe eine unsichtbarer Wicht! Der kann doch nicht sein, dass er nicht stirbt. Kann nicht sein, dass er nicht stirbt. Er hat sich genutzt. Oh, das sind die Ulti von Spiker. Er hat mich, egal. Top 3 sehen wir. Das gibt es nicht. Oh, du musst weg, du musst weg, du musst weg, du musst weg! Oh Gott. Mach irgendwas, mach die Wand, mach die Wand. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann nicht sein. Er hat es echt überlebt. Ah, ich hätte überleben müssen. Hat er noch Gadget? Alles gut, ich bin zurück. Intense Runde auf jeden Fall. Ich hätte nicht sterben dürfen. Ich hätte wirklich nicht sterben dürfen. Ergert mich gerade. Die sind nicht im Busch. Oh, das ist sehr gut. Die sind nicht im Busch. Der Busch ist free jetzt. Ah, der Busch ist auch nicht free. Okay, perfekt. Ey, Top 2 gesichert. Der Rest ist egal. Das Team hat eh zu viele Cubes. Okay. 43.000 Trophäen. Der Höchst auf 850. Der Lost ist Gas. Oh, Gas mal ungewöhnlich. Ah, die haben Larry und Laurie, Junge. Das ist natürlich jetzt gar nicht mehr geil. Also am besten kann ich gegen Byron vorgehen oder gegen Larry und Laurie, so lange als er der Ulti nicht hat. Ich kann jetzt eigentlich hier mal reinjumpen. Normalerweise habe ich... Jawoll. Sehr schön. Ich finde es sterben, ist knapp. Sehr gut. Richtig. Erster Kill. Ah, es sieht nach einer souverären Runde hier aus. Guck mal, der Dings wird jetzt auch rausgenommen, der Loose-Spieler bestimmt. Jetzt einfach mit dem Teleport nach und dann muss ich ihn ja direkt haben. Sehr, sehr schön. Guck mal, jetzt hier Loose zum Beispiel. Jetzt ist es eigentlich früh. Jetzt habe ich ihn easy normalerweise. Direkt hier auf Byron. Ich bin halt auch so schnell, ist unfassbar, ne? Um hier den Weg zu machen zum Teleport. Und... Okay, sehr schön. Oha. Azad 7-3. Okay. Und der Loose ist... Null-Tro-Fan-Power-1 leider, Charlie. Ah, okay. Okay, Null-Tro-Fan-Power-1. Das ist so, was man in diesem Format erwarten würde eigentlich, sage ich ehrlich. Problem ist halt jetzt, ich bin jetzt halt auch 700 fast, ne? Weil ich halt Edgards nicht nehmen darf, hatten wir ja gesagt. Ich glaube vielleicht eher etwas defensiver, wäre vielleicht schlauer. Weiß nicht. Guck mal, wir treffen ihn gut. Oha. Oh, let's go! Mit dem Gadget. Aber das Problem ist, am Ende kriegt er den Cube, was mich jetzt extrem triggert, ehrlich gesagt. Oh, das hört mich jetzt extrem auf. Wie unfair, dass er jetzt noch einen Cube davon hat. Aber das Ding ist, am Ende wird er trotzdem Probleme kriegen. Denke ich, probiere ich schon mal, dass er da langläuft. Das ist ja so unfair, ne? Dass er jetzt hier... Ja, sie wird zu sparen, genau. Aber Nani ist ein sehr guter Pick für die Map, merkt man jetzt auf jeden Fall schon, finde ich. Guck mal, wie gut, wie die auch hitten können jetzt hier. Ist ja geil. Mein selben Trick auch nochmal direkt. Ah, zu spät, hat nicht mehr reflektiert. Ah, ist ja die schon wieder. Irgendwie ist er am Mord, ist ja auch schon wieder. Also, ein bisschen Anlock hier, ne? Sag ich ehrlich, von den Cubes die Runde. Jetzt haben wir ja noch einen Gadget. Ich hätte vielleicht lieber bloß ein Gadget aktivieren sollen, egal. Die sind auch irgendwie gar nicht im Fokus in der Runde von den anderen. Ich weiß nicht. Ich kann jetzt eigentlich mal hier entspannt meine Ulti starten. Mann, jetzt war da Leon im Busch, der meine Ulti aufgehalten hat. Wow. Lieber aufheben sollen als nächstes Mal. Leon, Crow sind immer noch die ganze Dame im Busch scheinbar, okay. Oh, es wird schon schwierig werden, ne? Ich kann jetzt hier ein bisschen um die Ecke rumschießen, was ganz geil ist. Ich muss auch ein bisschen ausziehen. Ich hatte schon den Crow rausgenommen. Also, mein Mate macht das echt gut. Er versucht hier mitzuhelfen, ne? Acht Cubes. Ja, okay, also jetzt sind es so viele Cubes. Aber wir wurden null gefokust. Was war denn das für ein Spiel? Ich habe, wir haben beide gar nichts gemacht groß. Wir wurden einfach nicht gefokust beide und haben einfach den zweiten Platz mitgenommen. Okay, mal schauen. 18.000 Trophäen. Wieso habt ihr alle noch einen Brawler auf null? Aber gut, habe ich eigentlich auch auf meinen anderen Accounts. Null Trophäen Bonny mal wieder. Er hatte noch Power 7 gemacht. Oh, wichtig. Der ist schon down? Dann lass doch eigentlich einfach den Schatten mal hier vorschicken. Ja, genau. Sehr gut. Dann ist es hier schön tracken. Der geht auch mit einem Schuss down, ne? Jetzt haben die auch verschlechtert. Oder der Schatten war früher besser. Nicht so gut. Oh, die fighten hier. Oh, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist eigentlich ein Team, leider. Ich dachte, das wäre vielleicht kein Team. Die wollten, glaube ich, erst... Oh je. Oh je. Jump. Jump. Geh. Oh, da ist er los. Der hat gespielt, leider. Ja, soviel zum Thema Erster mit Leon. Das war ja ultra schlecht. Okay, wir haben High was los. Dann läuft der Brawler auf. Oh, er hat viele... Oh, Willow auf 135. Das ist okay. Okay, auf geht's. Fünf... Wo ist es? Fünf Eliminierung. Auf geht's. Okay, wenn wir Glück haben, kriegen wir direkt ein Double Kill raus. Oh, wir haben wirklich ein Double Kill. Vielleicht sogar ein Triple Kill mit etwas. Ja, okay. Nee, die war fast da. Jetzt hier. Jetzt hier. Jetzt hier. Jetzt hier. Ja, ja, ja. Genau so. Oh mein Gott. Vier Takedowns. Verfasst das Team. Das verfasst das ganze Team. Trotzdem liegen wir noch hinten. Es kann nicht sein. Jetzt. Komm, ich probier's. Ich probier's. Ich probier's wirklich so hart. Irgendwie. Ich kann nichts machen. Oh mein Gott, Junge. Hä? Wir liegen trotzdem noch hinten. Mist. Komm. Nee, es darf keiner sterben. 16 zu 19. Easy. Ist ein Kill, ist ein Kill. Ah, Lost. Egal, alles gut. 17. Nein, er ist hinten gestorben. 8 zu 1, Junge. 8 zu 1, Mann. Der Grommer 92. Marlin. Okay. 32.000 Trophäne. Niedrigste ist aber bestimmt nicht, äh, Dings, oder? Duck wieder. Hader mich. Jetzt ist ein Easy-Tor für euch vorne. Richtig. Haben wir. Muss. Jawoll. Richtig. So, wieder Double-Ult. Triple-Ult getroffen wieder. Sehr schön. Slow. Junge, irgendwie carried Gale grad hart. Sehr schön. Wunderbar. Und Ulti. Nicht geklappt, Digga. Okay, äh, 35.000 Trophäne. Bloster. Schack. Ja, geht schon fit. War jetzt schon ein bisschen lost. Okay, jetzt passt auf. Ich bin, also ich bin aus meiner Sicht eigentlich echt ganz gut mit Brock hier. Irgendwie komme ich gar nicht zum Angreifen, weil ich nur verteidigen muss die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wer stirbt bestimmt dieser Chuck die ganze Zeit, ne? Wenigstens schon mal einen Pfosten platziert. Das reicht halt nicht. Auf, Ulti aufpassen. Ah, da wird der Ulti getroffen. Shit. Ich glaub irgendwie, das wird nichts. Da kann ich auch noch so gut hitten mit Brock. Wobei, ich hab jetzt auch nicht so krass gehittet. Ist nicht mal einmal in den Tresor gekommen. Ist so zu weh. Ich hab ohne Witz eigentlich echt gut getroffen. Schade, man. Aber er hat seine Ulti doch irgendwie nur einmal eingesetzt. Er weiß wahrscheinlich nicht, wie der Browder zu spielen ist. Oh, Goalgetter ist gut, glaub ich, im Profil. Oh, nee. Das ist nicht sein Main. Okay. Ist sein Main-Account? Junge, null Trophäen. Er hat wieder null Trophäen, leider. Ah, nee. Power 8 sogar. Okay. Okay, auf geht's. Wir sind jetzt auf 750 Trophäen. Problem ist halt, Dark wird halt irgendwie gar... Oh je, oh je. Gar nichts groß machen können, denke ich, leider. Aber ich kann mich halt auch nicht... Ich glaub, Leon ist halt auch nicht die beste Weils gewesen. Das war halt der Wunsch vom Zuschauer jetzt, leider. Also, was heißt leider? Aber ich kann das halt echt... Glaub ich nicht so viel machen, ne? Ich kann das halt hier ein bisschen chippen. Egal. Ich bin aber auch dumm gestorben. Oh, nein. Goalgetter, ich weiß nicht, wie es schlau ist, da jetzt hinzulaufen. Ich bin doch tot. Oh, mein Gott. Okay, gut. Ja, passt schon, passt schon, passt schon. Drängen wir nach oben? Drängen wir nach oben? Ah, der ist respawned, leider. Egal, alles gut. Das hat Mandy, ne? Oh, ist nicht auf mich geultet, geil. Er hat nicht auf mich geultet, wie auch immer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, das ist sehr gut jetzt für uns. Ich gehe jetzt unsichtbar auf die anderen, dass sie das nicht checken. Hat er mich gesehen. Irgendwer hat mich gesehen, keine Ahnung. Ja. Let's go, was? Wieso läuft das so gut? Oh mein Gott, ich hab mir schon ultiert. Wir haben gewonnen. Ich hätte noch Hypercharged und Ulti gehabt. Easy, Platz 1. Okay, auf geht's. Larry Low jetzt hier mit Gaming Friends. Oh, daneben, sehr gut. Wir versuchen direkt mal so einen Easy Kill rauszuholen. Da läuft hier ein bisschen Arc Offensive rein, finde ich. Jetzt hier vielleicht. Aber die Merkler schon, ob... Ja, war ja eigentlich... Jetzt, komm, rein da. Ist die gerade weggel... Okay, die habt ihr noch bekommen, habt ihr noch bekommen. Nächste Ulti ist ready. Oh, ich soll es eigentlich normalerweise schaffen. Ich bin so ein bisschen zu nett, die mich jetzt plötzlich killt. Oh, ich auch, ich kenne... Nein! Nein, er ist gestorben. Let's go. Ich hab gerade gefühlt alle rausgenommen. Das war geil. Hätte auch schief gehen können. Hätte auch schief gehen können. Und die haben wir auch noch direkt raus. Er kann auch nichts machen. Das ist nämlich zu langsam. Let's go. Schöne Runde. Okay, wir haben Beraths niedrigster Brawler ist Piper. Oh, oha, Piper einfach. Oh, okay, passt. Passt, ich hab ihn rausgenommen. Ist ein schönes Spin, schönes Spin, schönes Spin. Oh je, extrem komisch gespielt gerade. Hab ihn noch mal getroffen. Ich hab ihn rausgenommen, ich hab ihn rausgenommen. Oh, kam der Angriff her. Ich hab noch irgendwie einen Angriff unter mich geworfen, schnell. Gunde mal. Hab ich ihn getroffen? Ja, los. Doch, ich hab ihn getroffen. Ich hab... Nee, er hat mich gekillt. Die Hoffnung kurz. Oh, schön, 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 schön. Oh, jetzt bin ich natürlich Miko. Oh, schön von euch. Hey, habt ihr gecarriert. Stark. Übel souverän gespielt von euch beiden. Stark, Mann. Oh, Medusa-Komet hat 30.000 Trophäen. Ich hab ihn der FL. Wahrscheinlich von Minigames. Lowester Brawler ist tatsächlich auch null Trophäen. Mal schauen, was er auswählt von denen. Hit-Power 8. Hey, das geht eh fit. Gerade für Showdown ist easy. Ich will jetzt halt vor allem diesen Hit halt nicht weghauen ohne Tischen. Deswegen liegen wir uns da so ein bisschen ran. Und vielleicht kriegen wir gleich einen guten Hit auf den Rico. Das wäre halt wichtig. Oh, yes. Oh, yes, Junge. Ah, ich hab... Ich hab's, was ich noch stampen würde. Ah, ich wollte schon sagen, die Ulti brauchen wir nicht. Egal. Sehr, sehr schön. Und immer schönen Hit ist aufheben und treffen. Oh, oh, oh. Ist aber sehr, sehr offensiv jetzt gewesen. Oh, yes, Junge. Wir sind übel die gute Kombi. Vor allem B-Dings ist eh eine starke Kombi. Die Kids, sag ich ehrlich. Das ist übel gut, was wir hier gerade machen. Das läuft richtig, richtig gut. Was können wir hier? Zack. Hä, wieso ist das so gut gerade? Langs auf, was ich hier gerade sagen. Schönes Ding. Hä, wir gewinnen die Runde easy, wenn es so weitergeht. Die sehen ihn nicht, die sehen ihn nicht. Junge, er spielt das auch richtig gut aus. Ja, der wird eh nichts, der wird weglaufen. Der ist reingelaufen, ist er dumm? Wieso? Zwei Leute mit sechs Cubes, auf jeden Fall gute Entscheidung. So, hier. Ah, zack, er slowed, aber war wirklich nicht der allerbeste Slow. Sehr schöne Hits wieder. Kann nichts machen, der kann nichts machen. Ich wollte es gerade sagen, der wird hier nichts machen können. Ich werde mal einen Big Hit aufladen an ihm. Ey, wie stark war die Kombi-Kid-B gerade? So, zack. Leicht OP auf jeden Fall. Schön auseinander gehen am besten, dann kann er nichts machen. Schönes Ding. Ey! Ey, das war jetzt nochmal nervend. Soll ich ehrlich? Schön. Ja, war klar, dass er jetzt nochmal respawnt. Ah, der kann nichts machen. Ey, wie stark war diese Kombi, bitte? Wen haben wir? Der, oh, der Eisesser. Yxed Brawler Edgar. Oh, der laueste. Otis. Oha, okay, das ist aber ein sehr solides Profil. Ich hätte Ulti setzen können, ich will es auch nicht waste. Ich glaube, wir haben jetzt sowieso ein Gegentor jetzt. Ich glaube, wir können nichts machen. Ja, hätte das Gadget nichts gebracht, hätte ich die Dings nur gescored. Ich glaube, ich habe diese Busch-Aufdeck-Support drin. Mal schauen. Yep. Genau, es kommen die. Ah, shit. Bin direkt gestorben. Nicht gut. Wir nutzen halt irgendwie nur den Sandsturm gar nicht aus, aber dann sind außerhalb... Wir haben direkt 2-0 verloren. Ich fasse es nicht. Und ich darf nichts sagen, ich bin als Erster gestorben. Oh, 72.000 Trophäen. Okay, das ist crazy jetzt. Das ist der lowste bei dir. Bion auf 836. Okay, ich weiß gar nicht so genau. Oh, da war ein Kitsch-Spieler tatsächlich direkt. Slow. Komm, ist ein Free-Kill. Nice. Easy. Noch gedodged. Wichtig. Slow. Willen wir den eventuell? Ja, der wird eh zu schnell sein für uns. Zack, zack. Ja, der ist zu schnell für mich. Der ist zu schnell für mich. Egal. Guter Start. Ein Kill ist schon mal sehr wichtig für die Map, dass wir überhaupt den Kill haben. Ich hätte das low-Gadget nicht nur raushauen sollen. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, wir sollten echt aufpassen, weil der kann jetzt halt überall auftauchen. Ich wollte gerade sagen, was macht der denn jetzt? Der Mord ist, der Spieler ist bestimmt auch sauer hier auf seinen Team. Das ist ja ultra-lost. Das sind auf 38 Trophäen. Also es ist eigentlich eh gut, dass es eh krass, dass es so gut läuft, finde ich gerade. Ich habe es halt keine Gärte zu mehr, aber dafür habe ich ja schon mehrere Kills rausgeholt. Deswegen ist es eigentlich auch völlig okay. Nein, ich bin so lost. Okay, alles gut. Ich hätte normalerweise easy einen Kill rausgekriegen müssen, sorry. Okay, jetzt ist aber ganz sehr gut. Jetzt habe ich auch die Ulti. Er hat es fünf Cubes direkt, stimmt. Das ist schon sehr krass. Boah, das ist wirklich sehr, sehr krass. Ich hätte gesagt, soll ich die Ulti... Oh, oh, okay. Jetzt bin ich Ult rein. Ich gehe jetzt einfach hier voll rein. Ah, da gut gemacht, da gut gemacht. Egal, ich kann es hier drauf gehen. Ah, Divertouch aktiviert, da gut. Oh, was? Nein, Junge, dasselbe noch. Man, Löwe, tut mir echt leid. Es wäre safe in Top 2 gewesen eigentlich. Ja, aber Platz 13 mal als unentschieden, würde ich hier sagen. Jetzt ist nicht was los. Okay, Duck. Duck hier. Vor Level 8 wieder. Los geht's. Sieben Minuten. Die letzten entscheidenden Runden jetzt hier. Aber es muss jetzt eigentlich hier ein Freebun sein. Jetzt hier mit Edgar. Tepper. Jürgen, die laufen halt schon nicht mal zu mir hin. Das Niveau ist schon ein krasser Unterschied, ne? Das war jetzt schon sehr, sehr krass. Was läuft denn nach unten? Ja. Warst du es schon? Das war ja... Was war das denn? Ich würde gerne mal eine Runde einfach auf 35er Niveau spielen. Das wäre eh nochmal witzig. Komm. Hat Melee nicht auf 35er? Das ist ein bisschen zu... Oh mein Gott. Sekunde. Ich würde, glaube ich, Melee zuerst nehmen. Guck mal, er hat eine 2000er Piper oder so. Ja! Hi. Würdest du... Erstmal Geld anbieten. Aber ich würde mir so oder so... Eine Runde hochspielen. Aber ich sage ehrlich, die 15 Euro sind auch mehr als wert. Also hat er sich dann auch verdient, wenn er den droppt. Okay, Chat. Okay. Ja, die meisten wollen die 2000er Piper sehen. Sehe ich. Ja, ja, ja. Okay, okay. Das ist das interessanteste, ne? Jonas, ich habe in 10 Minuten ein Turnier. Nein, Melee. Ach du Scheiße. Was machen wir denn, wenn es nicht klappt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben es. So lucky. Wir haben es. Oh mein Gott, er hat es losgemusst. Wir haben es einfach geschafft. 2000er Runde ist es so lucky, dass es gerade geklappt. Er hat es losgemusst. Ist das lucky. Die höchste Piper der Welt. Denke ich mal zumindest. In unserer Runde jetzt. Das kommt jetzt direkt durch den Teleport. Hä? Okay. Ich spiele lieber ein bisschen defensiver. Ich denke, es ist schlauer. Okay, wobei die spielen auch sehr offensiv. Wenn ich auch offensiver komme. So, Kidd ist aufpassen. Kidd kann sich auch unsichtbar machen, natürlich. Mortis, Larry, Lowy. Ich habe eine ganze Menge hier. Ich habe mal 2K-Trophäen einfach. Wenn wir jetzt hier verlieren, kriegt er so viel Minus. Shit. Ich habe eins beide getroffen. Ich habe beide getroffen. Komm, 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 komm. Nein. Ich hätte vielleicht doch defensiver gehen sollen. Weiß es nicht. Egal, komm, wir können auch gewinnen. Wir können auch gewinnen. Ich bleibe eher bei euch. Komm. Mortis, Kidd. Oh, ist sauer. Wir schaffen das. Komm. Du kriegst die 15 Euro Google Play sowieso. Oder iTunes. Was auch immer du willst. Für die Runde. Wo ist es denn? Hä? Wir treffen ihn gar nicht. Ich sehe nichts mehr. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Auch nicht sehr schön. Aber wenn ich einfach nur besser hitten würde, Junge, es gibt es doch nicht. Ich habe Kidd getroffen. Ja. Kidd rausgenommen. Das war jetzt sehr schön. Oh mein Gott, das war so wichtig. Ich habe einfach Kidd rausgenommen. Ich brauche meine Ulti jetzt. Aber mit 2 gegen 3 gewinnen wäre das sehr, ist schon auf der Höhe. Mortis Teleport, okay. Oh, weiß ich, ob das unbedingt der Play von ihm war, da ist reinzugehen, ehrlich gesagt. Ich muss eigentlich ein bisschen bei ihm bleiben, weil ansonsten könnte der Mortis auf mich gehen. Und so wird es schwierig für ihn, ehrlich gesagt. Sehr schön, sehr schön, sehr. Wir haben das. Wir haben das. Also auf jeden Fall den Ausgleich jetzt eigentlich safe. Gadget. Ja, schön. Aber auch schön hier Larry Lowey gespielt. Und auch nicht vergessen, ich habe ihn immerhin auch auf 1200 oder 1300 auch gepusht, ne. Also so schlecht bin ich mit den Brawlights auch nicht. Komm mal, jetzt müssen wir es schaffen. 1-1, komm. Müssen wir es eigentlich schaffen. Er ist nicht in den Teleport. Die machen die Kidd-Strategie. Das heißt, hier wird es auch gehealt und so. Das müssen wir aufpassen. Ja, da kommen sie schon. Nichts zu viel Value geben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da kommt Mortis. Hat nicht Ausgleich für den Kill. Ich frage gleich meine Ulti vor allem. Wenn wir auf 1300 gewinnen, wäre ich schon echt happy, sage ich ehrlich. Der Larry Lowey hat noch keine einzelne Ult mehr rausbekommen, oder? Wie schlecht eigentlich. Ja, Mortis wird da leider reingegangen jetzt unten. Ist nicht so geil. Ich muss echt aufpassen. Oh je. Das ist echt schwierig. Muss irgendwie meine Ulti jetzt kriegen eigentlich. Schön, 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 schön. Brauche ich meine Ulti irgendwie. Jetzt gehen die wieder hier so rein, okay. Und die halt eh nicht rumdashen, ne. Der Larry Lowey darf seine Ult nicht kriegen. Schön, 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 schön. Komm, ein Hit, ein Hit. Nein, egal, egal, egal. Schön, schön gespielt. Schön gespielt. 2000er Runde gewonnen, Mann. Geil. Ha, solide hier. Melee auch stark gespielt. Ach so, ich war ja auch hoch. Stimmt ja, 1300 fast wieder. Die haben uns minus gesniped. Das war ein Snipe. Was? Das muss noch ins Video. Geil, Mann. Dann dürfen wir uns auch unseren Namen direkt ändern. Weil der heißt ja noch Frühsnagglesser wegen dieser Bestrafung vom Video. Ich muss noch einen Tag um 15 Stunden warten. No way. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.